Auf diese Mod warte ich schon lange. Ja, eigentlich war sie vorher geplant, aber am Ende habe ich mich geschlossen. Komm, es hat jetzt so lange gedauert, wir sind kurz von Backstern, es müssen im Monat. Wir halten sie bis dahin auf. Und damit herzlich willkommen zum Puppetmeister. Die unter anderem die ganz neue Eld-Mod in sich hält. Und wir erinnern uns alle noch an Eld, vom letzten Dark Soziales Misty im Monat, wo Dark Soziale übernommen hat. Und ja, die meisten kamen tatsächlich zu seiner Zeit auf meinen Kanal. Und ja, es heißt der Puppetmeister. Ich hoffe mal ganz ehrlich, der Puppetmeister ist jetzt nicht aktiviert, denn ich kann ihn nicht deaktivieren. Und ja. Hoffen wir mal das Beste. Ich bin so gespannt, was mich erwartet. Ich habe nichts mehr angesehen. Und natürlich ist das versprochene Modell von damals erwähnt in Video vorhanden. Nämlich der rote Deleted. Sozialer, er war das schon damals versprochen. Hat ein Jahr gebraucht zum Erscheinen. Jetzt ist er endlich da. Ah, crap, der Puppetmeister. Okay, ist vielleicht gut, dass der Puppetmeister an ist. Der Song ist 50 Minuten. Okay, das ist eindeutig der Start. Okay, das ist limite. Das ist anscheinend ein Mix aus verschiedensten Charakteren. Vom Mars Quiz Universum. Gut Schwer Gut und Ah, nö! Wer bist du überhaupt! Du musst aus irgendeinem mal Chris-Mond kommen, sonst wärst du nicht dabei. Bis zum nächsten Mal. Oh, oh, no Spites! Oh, oh, no Spites! Oh, oh, no Spites! Oh, oh. Warte, das kannte ich grad diese Szene. Oh, da ist ein anderer und der hat auch einen Respite. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der Pappenmeister ist also der, der alles kontrolliert hier in dieser Dimension Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020